Herzlich Willkommen. Mein Name ist Christine Kukula. Ich bin Mitarbeiterin der Saarländischen Krebsgesellschaft und Musiktherapeutin. Ich würde Sie gerne jetzt einladen zu einer Klangreise mit Klangschalen. Klangschalen kennen Sie vielleicht schon. Ich schlage sie einmal an. Was hat es mit den Klangschalen auf sich? Sie sehen nicht nur schön aus, sondern Sie hören, sie klingen sehr lange und wenn ich sie auf den Körper stelle, dann spüre ich die Vibration. Wenn ich eine Klangschale mit Wasser fülle und anspiele, dann entstehen ganz harmonische Muster. Unser Körper besteht zu 80 Prozent aus Wasser, sodass wir davon ausgehen, dass auch das Wasser in unseren Zellen harmonisiert wird, in Gleichklang kommt. Wir können entspannen und Verspannungen können sich lockern und lösen. Die meisten Menschen kommen sehr schnell in eine Tiefenentspannung, wenn ich sie mit Klangschalen behandle. Dazu möchte ich Sie jetzt auch einladen auf eine Klangreise. Ich werde eine kleine Entspannungseinleitung machen und dann hören Sie die Klänge und ich führe sie dann auch wieder aus der Klangreise heraus. Während der Klangreise werde ich sie mit Du ansprechen, so wie es in der Hypnose oder in Entspannungsübungen üblich ist. Ich lade Dich ein, eine bequeme Stellung einzunehmen, sei es auf einem Stuhl oder im Liegen und wenn Du möchtest, schließe Deine Augen. Wenn Du die Augen geöffnet hältst, suche einen Ort am Boden oder im Raum, wo die Augen zur Ruhe kommen können und erlaube Dir, ganz bei Dir zu sein. Nimm Deinen Körper wahr, wie er Kontakt hat zur Unterlage und wie er über die Unterlage, die Dich sicher hält und trägt, mit dem Boden verbunden ist. Nimm Deinen Kopf wahr, den Nacken, die Schultern und die Arme und die Hände. Liegen Sie neben dem Körper, liegen Sie auf dem Körper. Nimm einfach wahr, geh mit Deiner Wahrnehmung zum Rücken, nimm den Kontakt zur Unterlage wahr. Vielleicht spürst Du Deine Wirbelsäule, von den Halswirbeln bis hinunter zu den Lendenwirbeln. Nimm auch Deine Vorderseite wahr, die Brust und den Bauch. Deinen Atem. Wie er kommt und wie er geht. Und bei jedem Einatmen weitet sich die Brust und auch der Bauch wölbt sich nach außen. Atme einmal bewusst ein und aus. Und überlasse Dich dann Deiner Atmung, die ganz selbstverständlich kommt und geht, ohne dass Du etwas tun musst. Gehe dann mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinem Unterleib, dem Schoß und dem Gesäß. Und weiter zu den Beinen, über die Oberschenkel und Knie, zu den Unterschenkeln und zu den Füßen, die Dich jeden Tag durchs Leben tragen und bereite Dich nun vor auf eine kleine Reise. Die Klänge werden Dich dabei begleiten. 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 Ch Emergen2-40 een und thirty- Sixt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und komm mit kleinen Bewegungen, mit sich räkeln und strecken und vielleicht auch mit einem Gähnen aus der Entspannung zurück hier in den Raum. im hier und jetzt frisch und wach.